Das ist ja glaube ich so ein Mörder-Teil. Das ist schon ein ziemlicher Klopper, dieses Bambi. Das wiegt mehr als ein echtes Rehkitz. Das bringt seine 7, 8 Kilo auf die Frage. Andere Stars zeigen sich da doch etwas enthusiastischer, zumindest was die Stimmung betrifft. Die Bambi-Verleihung ist definitiv eine sehr glamouröse Veranstaltung. Da passe ich rein, denn ich liebe es, mich schick zu machen und Spaß zu haben. Aber ich kann es auch kaum abwarten hier zu singen und ich bin auch etwas aufgeregt.